Lesson 129 In Exercises One Wir sind oft in der Schule. Two Sie sind mit ihren Freunden im Park. Three Seid ihr mit den Kindern in der Bibliothek? Four Wir brauchen ein Geschenk für deinen Vater. Five Mein Mann ist oft mit unseren Kindern in der Bibliothek. Six Wir gehen nie ohne unsere Freundinnen ins Einkaufszentrum. Seven Meine Söhne kaufen ihrer Mutter heute ein Geschenk. Eight Mein Bruder und seine Kinder gehen ins Einkaufszentrum. Nein Meine Frau geht gern mit unseren Kindern ins Kino. Aber ich mag das Kino nicht. Ten Helfen Sie mir heute? Seid ihr wohnert? Untertitelung des ZDF, 2020